hallo zusammen und einen schönen guten morgen an all unsere zuschauerinnen und zuschauer heute ist ja was haben wir mittwoch der 29 august jetzt muss ich selbst noch mal schnell nachschauen und ja wir sehen uns hier wie jeden morgen um ein paar charts zu besprechen mit ein paar ideen die ich in der analyse der charts in währungen indizes und rohstoffen hier auf der uhr habe dazu gibt es heute noch einen wunschchart gestern im nachgang wurde gewünscht euro japanischer yen mal diesen chart zu beleuchten das mache ich natürlich sehr sehr gern das machen wir dann auch im laufe des webinares ludger einen schönen guten morgen freue mich dich hier dabei zu haben und auch an dich die bitte wieder wenn du ein chart hast wenn du lust hast mal das ein oder andere zu besprechen einfach hier du weißt das rein in den chat hier auf facebook und dann können wir das ganze hier miteinander auch tun so was gibt es vorab natürlich wie immer den risikohinweis der handel mit devisen und cfds auf margin kann zu verlusten führen sie riskieren ihr investiertes kapital zu verlieren damit wäre diesem risikohinweis auch schuldigkeit getan und wir können uns auf das konzentrieren was wir gern tun die märkte traden vorab natürlich checken wir mal die tagesnachrichten was steht heute hier auf dem programm es ist nicht wahnsinnig viel aber ein paar dinge sind und zwar auch ein paar wichtige und zwar starten wir hier mit der relevanz der höchsten relevanz um 14 30 aus den usa da gibt es das brutto inlandsprodukt zum zweiten quartal in den usa sie sehen hier die prognose von vier prozent lassen wir uns mal überraschen was hier passiert ist eine negative überraschung erwarte ich persönlich nicht die märkte sind gut dabei das wachstum in den usa sollte also auch relativ stabil bleiben wir haben auch schon steigende löhne in den usa gesehen also ich denke da wird es nichts schlimmes geben um 16 uhr gibt es dann die informationen über die schwebenden hausverkäufe aus dem monat juli sie wissen auch dass ein wichtiger bestandteil für das den geldfluss in der us-wirtschaft und dann warten wir auch drauf wie jede woche mittwoch um 16 30 die aktuellen daten für die rohöl lagerbestände in den usa zu bekommen sie sehen sie hier man rechnet mit einem leichten rückgang letztes woche letzte woche gab es ja deutlich rückgang hier von 5,8 millionen barrel diesmal nicht ganz so hoch die erwartung in diesem zusammenhang gibt es dann am nachmittag auch noch hier um 14 30 zum bib und um 16 30 zum öl noch ein paar zusätzliche informationen was wir heute morgen schon bekommen haben aus deutschland auch ein wichtiger index und zwar der gfk konsumklima index der war erwartet worden mit 10,6 ist aktuell 10,5 also ich denke dass es hier auch alles in einem rahmen wo wir keine schlechten ja sagen wir mal einflüsse auf die wirtschaft in deutschland sehen sollten also hier alles gut in diesem sinne die indizes haben das ja in den letzten tagen auch schon gezeigt schöne kursanstiege die rahmenbedingungen scheinen momentan relativ vernünftig zu sein der august ist auch nahe zu um es ist ja auch ein monat wo es häufig doch deutliche korrekturen an den aktienmärkten gibt und wir haben ja ich gehe am freitag auch darauf noch mal ein wenn wir die großen indizes allesamt mal so ein bisschen besprechen und die aktuelle lage hier noch mal ins auge nehmen wir haben ja eine korrektur gehabt im dax und ich denke irgendwann werden wir dann auch wieder steigende kurse sehen und das ist auch das was wir hier sehen sie sehen es im dax hier die schönen anstiege hier der letzten zwei handelswochen positive nachrichten von herrn schwamm im handelsstreit mit mexiko eventuell kommt kanada wieder mit an den tisch das ehemalige nafta abkommen wird erneuert heißt nicht mehr nafta völlig wurscht hauptsache die märkte sind beruhigt herr trump kann die märkte beruhigen will die märkte beruhigen willen guten steigenden aktienmarkt haben wir haben ein paar wahlen vor der tür also von der seite her versucht er nämlich man alles um die märkte hier in schach zu halten steigende kurse zu sehen wir werden sehen was kommt auf alle fälle können wir aus den bewegungen am markt auch gutes geld verdienen ich sehe gerade der alexander und die elena sind hier live mit reingekommen der mario ebenfalls allen zusammen einen schönen guten morgen ich freue mich immer wenn wir viele live zuschauer hier in den webinaren haben weil da kann man auch gut miteinander kommunizieren so und damit gehen wir direkt in die besprechung rein der ein oder andere wird es schon gelesen haben in der besprechung von heute im blog es geht um us dollar norwegische krone euro schweizer franken und das wti und ich beginne gleich mal mit dem erstgenannten also hier dem us dollar und der norwegischen krone so kleinen augenblick geben sie mir eine sekunde hier haben wir den chart ui ich sehe gerade meine güte da ist aber mittlerweile einiges passiert also ich möchte ihnen ganz kurz die handelsidee hier in diesem rahmen beschreiben ich habe jetzt hier für sie einen chart aufbereitet in diesem währungspaar wo wir hier schwarz den großen starken übergeordneten trend sehen der in seinen bewegungen und korrekturen auch immer schön trend für mich verlaufen ist hier habe ich mal den aktuellen aufwärtstrend auch eingezeichnet sie sehen hier gibt sogar noch einen kleinen untertrend also alles ganz ganz nett und gestern kam es dann dazu dass der markt hier die korrektur nach unten geschoben hat er hat einen ganz schönen großen teil dieser letzten bewegung hier auch nach oben weg oder nach unten weg korrigiert und er ist nahe dieser unterstützung hier bei diesem ausbruchslevel bei 8,27 169 in etwa zum stehen gekommen und hat deutlich zugelegt und das ist das was wir hier sehen jetzt in den letzten minuten gibt es auch gab es auch noch einen deutlichen kursanstieg sie sehen ich mache das mal ganz kurz etwas größer was hier meine intention gewesen ist das heißt oder was immer noch die intention an dieser stelle ist ist einfach hier die bewegung in richtung dieses hochs hier oben wieder zu schäden wir haben ein gutes stückchen weg was wir verdienen können an dieser stelle erster anlaufpunkt war das tages hoch was wir hier hatten das war das tages hoch vom 27 8 das ist jetzt erst einmal rausgenommen worden da steht der markt setzt sich das ganze hier dann schön fort dann stehen die nächsten punkte sie sehen es hier oben gar nicht so weit weg im bereich von 8 39 279 hier in dieser ecke haben wir zwei nahe einander stehende tages hochsten dann schon wieder das nächste hier bei 8 41 237 also sie sehen da gibt es einiges an unterstützung hier in diesem markt und immer dann wenn mir sowas passiert wie wir jetzt hier beispielsweise sehen dass so ein setup im beginn beziehungsweise schon etwas angelaufen ist dann schaue ich mir ganz gerne hier die untergeordneten zeiteinheiten an in dem moment reicht erst einmal der blick in die stunde und da sehen wir schon dass hier der schub jetzt erst vor kurzem richtig ordentlich losgegangen ist und den markt hier nach oben geschoben hat das heißt wir haben jetzt hier einen trend in der stunde der schön nach oben läuft steht momentan weit in seiner bewegung und da nehme ich mich einfach entsprechend immer entspannt zurück und warte bis hier eine korrektur kommt wir sehen hier schön den schub in der stunde der läuft auch weiter nach oben sie sehen halt hier auch wenn sie die kleinen trendverläufe in der stunde mal sehen da gibt es schon noch ein paar anlaufpunkte wo der markt hier entsprechend mit ran kann also hier ich sag mal level wie diese hier die wir sehen wirklich sehr sehr schön im markt das wäre mal der nächste anlaufpunkt hier bei 8 37 5 5 0 und da dieser orderfluss geht dann halt da rein das nächste wäre dann hier in diesem bereich in der stunde zu sehen an dieser stelle also immer da wo in dem vorhergehenden trans absicherungs order liegen könnten kann man natürlich hier auch davon rechnen dass entsprechende positionen im markt liegen wo dann die käufer auf die uhr kommen weil das war ja vorher die abwärtsbewegung hier und das ist natürlich immer interessant zu sehen was dann hier passiert und wenn wir uns das ganze hier mal anschauen einen schönen weiteren stabilen anstieg haben wir jetzt hier gehabt das signal von gestern wurde sozusagen aktuell auch wirklich bestätigt nun kann man auch ganz nett mal sagen okay die stunde ist jetzt fein aufwärts gerichtet wir warten einfach mal die korrektur in der stunde ab schauen die fünf minuten rein hier sehen sie die wahnsinnig lange fahnenstange und irgendwann wird es dann eine korrektur geben und dann zeigen uns möglicherweise die fünf minuten auch schon an was wir hier entsprechend sehen können Sascha einen schönen guten morgen lieben dank für die größe also hier an dieser stelle würde ich mich erst mal noch ein ganz kleines stückchen zurücklehnen auf einen rücksetzer warten aber wir sehen das potenzial dieser währung wenn der markt hier diese stärke wieder aufnehmen was er ja momentan auch tut wir haben noch einiges an oben zu verdienen da ist ordentlich fleisch am knochen dran was wir hier entsprechend mitnehmen können und damit wechsle ich gleich mal rüber zum euro schweizer franken ja eine währung die mal ein fels in der brandung gewesen ist bis es dann zum großen knall kam als ja sozusagen die schweizer notenbank mit einer massiven änderung ihrer politik aktiv geworden ist dann ging es brutal nach unten aber wir sehen mittlerweile waren wir zwischendurch schon wieder auf die 120 hochgelaufen jetzt gab es die korrektur wir stehen aktuell weit weit unten der markt ist hier nach unten geschoben das heißt der druck kam und kommt eindeutig hier von der oberseite her nach unten wir haben jetzt hier diese massive starke bewegung nach unten gehabt und hier unten in diesem bereich um die marke ich ziehe das mal ganz kurz runter so hier unten um die marke was ich grün markiert habe um die 1 12 4 5 4 in etwa hat der markt gedreht da gab es eine leichte unterstützung in diesem bereich und schön nach oben gelaufen hier eine feine geschichte wir sind hier in diesen bereich reingelaufen wo wir diesen letzten schub nach unten ich habe das für sie mal über die fibonaccis ein bisschen in angepasste art und weise mit eingezeichnet hier an dieser stelle wir sind in die 60 prozent mal locker in die 60 prozent korrektur tiefe gelaufen gestern gab es dann die erste umkehr kerze hier an dieser stelle wir hatten hier schon mal eine am wann war das gewesen am 23.08 aber die wurde nicht bestätigt jetzt haben wir eine bestätigung momentan auch also eine feine situation die wir hier haben wo der markt nach unten laufen kann bevor ich jetzt auf das szenario nach unten eingehen nochmal kurz zur oberseite es ist natürlich problemlos möglich dass der markt hier deutlich weiter hoch läuft der markt macht ja sowieso was er will wir können das ja eh nicht steuern das heißt von der seite her wäre es auch nicht ausgeschlossen dass der markt noch ein stück weit höher korrigiert anlaufpunkte hier also widerstände auf der oberseite würden dann erstmal hier in diesem ausbruchsbereich liegen diesem kleinen ausbruchsbereich hier den ich hell rosa markiert habe bei 1 14 8 2 0 beziehungsweise dann der punkt hier oben bei 1 15 5 2 1 in etwa in diesen bereichen bis dahin könnte das ganze noch laufen ohne diesen schub und diesen trend hier nach unten kaputt zu machen das wäre mal ein szenario was noch nach oben laufen könnte aber was der markt hier macht was ich für mich auch sehr sehr gerne präferiere und auch jeden ans herz lege dass wir den trends auch folgen das heißt der richtung des geldes dem geldfluss folgen ist einfach die tatsache dass wir hier den markt nach unten schieben haben jetzt ist dieses signal hier auch schon bestätigt worden sie sehen es heute läuft der markt langsam nach unten erster anlaufpunkt wäre mal dieser bereich dieser leichte support bereiche um die 1 13 6 3 1 an dieser stelle klar dann gibt es dann das tagestief aber für den mittelfristigen bereich für das mittelfristige trading wäre dann hier unten mal wenn sich dieser trend auch fortsetzt auf alle fälle hier die bewegung bis hier runter auf die 1 12 4 5 4 auf alle fälle mit im rahmen auch zu behalten das mal im auge und das ganze gucken wir uns jetzt auch mal in der stunde an was ist immer wichtig wenn so ein signal bestätigt wird ganz klar dass der trend in der stunde beispielsweise auch schon in richtung des tagestrends läuft und das haben wir hier oben auch das heißt hier schauen sie sich das ganze mal an hier war der aufwärtstrend den wir hatten der hatte hier oben seine letzte seine letzte bewegung hier wurde das ganze ding gebrochen das heißt das lief halt hier durch entsprechend und jetzt haben wir hier diesen abwärtstrend auch bestehen der steht mittlerweile in seiner bewegung das heißt auch hier ich persönlich würde es präferieren das ist jetzt keine handelsempfehlung sondern einfach mal so eine kleine so kleine sache wie ich das persönlich umsetze in meinem trading wenn ich in bewegungen stehe ich warte halt wie ich das vorhin gesagt habe auch einfach mal auf einen rücklauf wir sehen hier die stunde ist schön in einem abwärtstrend befunden das heißt ich schaue hier wirklich auch wie ich das gerade in dem wert davor gezeigt habe was die fünf minuten hier machen warte hier auf eine korrektur hier sehen wir selbstverständlich auch die abwärtstrends das ist ganz klar jetzt haben wir hier möglicherweise eine beginnende korrektur und aus der korrektur heraus das heißt wenn die fünf minuten die stunde tief genug korrigiert haben dann können wir wieder in die abwärtsrichtung traden das einstiegssignal finden das heißt das premium signal kam auf tagesbasis jetzt haben wir das sekundärsignal was auf stundenbasis kommen kann und das können wir dann schön aus den fünf minuten heraustreten wenn das ganze ding nach unten auch gewuppt wird also mitgenommen wird und da ist auch nach unten hin einiges an platz noch da wenn sie fragen auch dazu haben scheuen sie sich nicht das ganze hier im chat direkt auch mit einzublenden und damit würde ich sagen gehen wir in die dritte position für den heutigen tage in den bereich der der rohstoffe hier heute als vertreter das wti sie sehen es hier selbst auch eingeblendet nach der starken kurs rally die wir hier nach oben hatten ist der markt jetzt wieder nach unten gekommen kühlt sich ein wenig ab hier schön einen abwärtstrend nach unten geschoben hier haben wir einen bewegungstrend den wir auch sehen der ist mittlerweile auch gebrochen das sehen wir hier das kann aber immer wieder passieren das bewegungstrend gebrochen werden innerhalb der korrektur spielt jetzt hier alles keine rolle das ist geschichte was hier interessant ist es hier oben die 70 dollar marke wir sehen das hier in der vergangenheit im august ist er hier nicht so richtig drüber gelaufen da kam er immer wieder runter jetzt haben wir hier mal wieder diese situation gehabt dass er in diesem bereich nahe diesem bereich reingelaufen ist und auch wieder rumdreht das heißt da oben fehlt so ein bisschen an stärke gut nur haben wir heute den tag an dem wir hier nachrichten bekommen vom öl sektor aber das spielt jetzt für die chart betrachtung wie sie aktuell ist keine riesengroße rolle weil ich denke möglicherweise sollten wir uns hier wirklich auf die markt technik auf das was wir aus den technischen analyse her lesen können rausbeziehen und hier sehen wir halt dass der markt in diesem bereich oben um die 70 nicht so richtig nach oben will setzt jetzt hier das ganze rein in die in die marke von 70 und stößt hier wieder ab dann haben wir die situation hier gestern hatten wir diese umhüllungskerze wenn die nach unten hin bestätigt wird dann haben wir die situation dass wir hier runter laufen können und das heißt hier an dieser stelle hier muss ich mal die kleine marke rausnehmen die ist fehlerhaft hier die brauchen wir nicht mehr dann haben wir halt die situation dass wir das gestrige tagestief haben das wäre dann die bestätigung dieser kerze wenn wir hier unten drunter laufen und das nächste tagestief für das kurzfristige trading wären dann mal die 68 52 hier in diesem bereich zu den ölpreisen das heißt wenn wir die dynamik nach unten hin weiterhin sehen dann wäre das jetzt mal die bestätigung aller aller spätestens wenn wir hier unter dieses tief drunter laufen bei 68 52 wäre mal dieses tief dieses außenstabes rausgenommen der wäre dann sozusagen negiert da hätten wir das ganze auf der unterseite definitiv auch zu sehen um das ganze dann hier nach unten zu schweden der markt könnte dann ohne weiteres auch wieder hier unten in diesem bereich reinlaufen hier wo der markt schon einige male gedreht hat ich mache das mal ganz kurz grün was ja ein support bereich ist den wir hier im markt auch liegen haben um das ganze besser zu verdeutlichen also es ist gar nicht ausgeschlossen dass wir hier nach unten laufen wir haben den übergeordneten trend abwärts gerichtet und sie wissen ja wie es ist dass der markt hier nach unten läuft das heißt in diesem bereich der trend sich eher fortsetzt als dass er bricht und das ist hier die tatsache die wir haben die wahrscheinlichkeit dass der markt hier oben schwach wird und nach unten läuft ist definitiv gegeben sollte er allerdings auf der gegenseite es schaffen nach oben raus zu laufen also dieses hier raus zu wuppen nur mal ganz kurz dann haben wir hier relativ nah schon neue anlaufpunkte sie sehen hier oben zwei tages hoch um die 70 40 70 48 in diesem bereich beziehungsweise haben wir dann hier oben noch die 71 27 was hier dieses hoch dieses korrektur hoch auch gewesen ist bis dahin kann der markt auch ohne weiteres noch laufen ohne diesen trend nach oben hin kaputt zu machen das heißt das wäre noch eine möglichkeit hier kurz nach oben ein stückchen rauszuholen muss man jetzt einfach mal abwarten wie schon gesagt heute kommen auch die zahlen deswegen habe ich den wti hoch heute hier auf die uhr genommen wir können hier sehen was der markt macht aktuell ist so ein bisschen abwartende haltung aber es würde mich auch nicht wundern wenn wir hier wieder dynamik nach unten reinkommen wir haben sie das auch mal die letzten male gesehen die dynamik nach unten der weg nach unten ist halt ein leichter wir sehen diese starken massiven schüge die wir nach unten auch immer wieder sehen und das sollten wir auf alle fälle auch im auge behalten um hier entsprechend uns richtig mit aufzustellen elena du schreibst gerade die korrelation zwischen nuk und wti also die meisten korrelationen die ich in diesem bereich kenne wo ich auch sehr sehr stark darauf achte ist sozusagen der euro oder nicht der euro der dollar und und der wti das wti hier in diesem bereich warum mache ich das ganz einfach weil entsprechend der markt hier in dollar bezahlt wird das heißt ein steigender ölpreis oder beziehungsweise ein steigender dollar hat im normalfall oder hat wenn die korrelation funktioniert korrelationen funktionieren ja nicht immer gleich wenn die korrelation relativ gut funktioniert dann ist es so dass ein steigender us dollar häufig fallende ölpreise nach sich zieht und umgekehrt ein fallender us dollar häufig steigende ölpreise nach sich zieht wenn wir keine anderen exogenen faktoren in diesem bereich haben was wir momentan allerdings nicht so sehen weil die letzten beiden tage waren ja tage gewesen wo der wo der us dollar nach unten gelaufen ist ich kann das hier an dieser stelle vielleicht mal ganz kurz zeigen wenn wir uns mal den us dollar anschauen kleinen augenblick ich mache das jetzt mal hier über eine über eine seite die ich zum research auch gerne mal benutze das ist die seite von finwitz.com das heißt wir können ja das research betreiben und die trades dann schön hier bei ticmel über die entsprechenden cfds machen und wenn wir uns jetzt mal die futures hier anschauen und dann mal gucken was der us dollar gemacht hat weil wir haben hier diesen us dollar index da sehen wir halt die letzten tage ist der index hier der us dollar nach unten gelaufen das heißt er ist schwächer geworden und trotz alledem ich schiebe das jetzt mal ganz kurz zur seite trotz alledem also hier sehen wir diese schwäche phase vom us dollar da ist der da ist der markt auch hier wo die schwäche phase eingesetzt hat ich schiebe das mal ganz kurz hier rüber schauen sie sich das mal an hier die letzten die letzten 14 tage da ist der us dollar deutlich nach unten gegangen und da war die korrelation zum öl auch sehr sehr stark da das heißt der markt ist hier schön nach oben gelaufen jetzt die letzten paar handelstage die letzten beiden handelstage war die korrelation nicht mehr so stark gegeben sie sehen es der us dollar ist gefallen weiterhin gefallen und der ölpreis ist aber auch leicht nach unten gegangen und das sind so die sachen wo man sieht korrelation funktioniert aber nicht immer gleich elena hat die frage die korrelation zwischen nok und bti ich kann sie nicht genau beobachten wenn es korrelationen gibt dann kann man die auch sehr sehr schön nutzen wir können ja mal ganz kurz auf den nok schauen die frage ist jetzt halt einfach nur was nimmt man zum nok wenn man beispielsweise us dollar norwegische kronen nehmen sollte beispielsweise dann haben wir ja hier die situation dass auch das ja vom prinzip her der dollar fällt der die norwegische krone steigt das ist eine logische korrelation das ist ganz klar wenn die schwäche auf der einen seite ist dann wird die andere werbung stäre das ist hier ganz klar was das mit dem ölpreis zu tun hat ich kann es nicht genau sagen aber interessante idee wenn man sowas sieht auch hier info an alle anderen wenn sie sowas sehen dass wir korrelationen haben und die korrelationen zeitweise funktioniert warum soll man das nicht zum trading nutzen das sind so die kleinen geschenke die der markt uns hier entsprechend auch mit macht okay dann habe ich gestern noch bekommen einen wunsch chart hier und zwar ich sollte doch mal schauen oder besprechen den chart von euro japanischer yen den hole ich auch gleich mal mit auf den schirm da ist wirklich was wahnsinniges passiert wir haben eine riesenstange hier in diesem bereich also sie sehen was hier passiert ist wenn sie sich das mal anschauen das ist ja wirklich absolut wahnsinn ein knaller hier eine fahnenstange ohne ende die frage ist wenn man sowas jetzt sieht und nicht hier unten eingestiegen ist was ja nice gewesen wäre wenn man sowas hat ist halt immer der punkt was macht denn der markt hier gerade wo läuft er hin und was diese fragen beantworte ich mir persönlich gerne wirklich über die tatsache ich schaue was der was was der chart hier macht das heißt das verhalten der marktteilnehmer schaue ich mir hier entsprechend an und versuche dann hier das ganze in die märkte reinzubringen und hier haben wir so ein bisschen markt der ist so ein bisschen hin und her gerissen wir sehen das hier oben ich mache mal ganz kurz um das ganze bild etwas klarer zu machen hier einfach mal den wochenchart auf dass wir das ganze sehen wenn wir uns den wochenchart mal anschauen dann beobachtet oder dann ergibt sich diese frage relativ schnell was der markt hier macht was haben wir hier für einen markt im langfristbereich das heißt im euro japanischen yen auf wochenchart sehen wir hier in diesem bereich einen markt der deutlich nach unten läuft das heißt hier wir sehen einen 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 bestehenden abwärts trend der hier jetzt in seiner letzten deal wo die letzte bewegung sehr sehr weit und sehr sehr stark nach oben korrigiert worden ist das heißt das ist mal jetzt das faktische bild wenn wir uns die woche anschauen das heißt wir haben hier eine markt der nach unten tendiert auf wochenbasis und die korrektur die wir hier sehen das ist natürlich dieser starke anstieg den wir hier im tag sehen so jetzt ist der tag hier massiv stark nach oben gelaufen wir sind hier oben in einem widerstandsbereich hinein gelaufen oder einen bereich wo der markt momentan steht ist hier oben diese marke um die was haben wir hier oben 130 280 130,280 ist das ganze hier gelaufen das heißt hier steht der markt jetzt hier am tageshoch vom was haben wir hier für einen tag gehabt mal kurz nachschauen vom zweiten achten so das spielt jetzt keine rolle wo er aktuell steht was halt in solchen situationen wichtig ist das ist die bewegung dieser schub hier nach oben der ist halt sehr sehr alt wenn man das mal so sieht schon sehr sehr weit fortgeschritten und irgendwann kommt halt die situation dass mal die die sag ich mal die verkäufer entschuldigen sie die käufer ausgekauft haben das heißt dass der markt sich beruhigt das ganze auch sättigt und das ist jetzt der punkt wo wir einfach hinschauen sollten oder wo ich persönlich bei solchen dingen hinschauen wenn wir so eine überdehnung haben das können sie sich vorstellen wie so ein gummiband so ein gummiband können sie ziehen 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 und irgendwann reißt es und das ganze pam klatscht wieder zusammen also zieht sich massiv zusammen in diesem bereich so wie so ein gummiband zamm schiebt es dann zusammen und das ganze passiert auch an den märkten sehr 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 häufig das heißt wir haben jetzt eine massive überdehnung das ganze weit in die korrektur hineingesehen und jetzt ist es spannend was hier heute an dieser stelle passiert wir sehen schon der markt will momentan nicht wirklich hoch wenn wir hier jetzt ein erstes umkehrsignal bekommen würden wäre das einmal der beginn dieser starken bewegung der korrektur dieser starken aufwärtsbewegung dieses schubes hier nach oben sie sehen halt hier der tag dieser abwärtstrend wurde durch diesen brutalen schub nach oben wirklich auch gebrochen aber wir haben jetzt hier noch keinen neuen trend und märkte laufen ja in aller regel in trends und jetzt sieht es hier so aus als wenn wir heute die korrektur bekommen und wenn sich das ganze dann fortsetzen sollte ja dann könnte man halt sagen okay wir schauen uns jetzt beispielsweise mal den stunden chart an und wir haben halt das potenzial dass diese starke überdehnung auch zum guten stück abgebaut wird so heißt also wenn wir uns den stunden trend mal anschauen sehen wir dass der stunden trend hier in diesem level wo ich diese marke bei 129 6 3 8 naja nicht ganz aber hier unten in diesem in diesem bereich hier das ist das tief das ist das letzte korrektur tief was wir haben wenn der markt hier dieser stunden trend der jetzt schon abwärts gerichtet ist wenn der diesen raus nimmt hier unten hier drunter läuft dann haben wir erstmal den stunden trend gebrochen und der stunden trend ist ja der punkt der diese gesamte aufwärtsbewegung dargestellt hat schauen sie sich das mal an hier unten hat man schön den beginn und da lief die stunde ja wie am schnürchen schön massiv mit nach oben und das das sind so die sachen wo man sehen kann jetzt bricht das ganze wenn es hier drunter läuft und wenn es dann eine fortsetzung das ganzen gibt dann wäre das ein schönes signal zu sagen okay jetzt könnte sich hier wieder eine bewegung nach unten ergeben könnte muss nicht aber könnte sein das heißt wir könnten auf der einen seite die bewegung nach unten als initialpunkt sehen dann wäre natürlich gigantisches potenzial auch da was das ganze nach unten anschaut aber schauen sie mal selbst wenn wir nur eine 50 prozentige korrektur des ganzen bekommen würden also wenn wir uns mal diesen bewegungsschub hier unten ansehen dann haben wir halt hier unten mal locker rein bis um die 127.5 an potenzial was wir als korrektur sehen können also da ist viel da das heißt jetzt wirklich einfach abwarten was der markt macht und mein tipp an dieser stelle warten sie wirklich bis der markt hier in der stunde den aufwärts trend gebrochen hat und damit nach unten läuft das ist genau der punkt wo sie entspannt einfach warten können und das ganze hier an dieser stelle sehen ich hoffe die zuschauerfrage ist damit gut geklärt worden ich schaue jetzt auch gleich nochmal in den chat hinein ich sehe jetzt aktuell keine weiteren fragen muss mal kurz hier ein bisschen runterscrollen heute ist wirklich schön aktivität da das passt wunderbar super alles klar alles klar ah Sascha cool Sascha der Sascha hat geschrieben dass er mal eine information schickt warum WTI und NOK korrelieren das finde ich ja mal wirklich genial wenn es da wirklich Zusammenhänge gibt da kann man als Händler auch immer immer dazu lernen das heißt auch der Handel an den Kapitalmärkten ist halt wirklich so man lernt immer jeden Tag ein bisschen was dazu das Puzzle kriegt man nie so richtig zusammen Sascha ich freue mich riesig drauf wenn das ganze kommt wenn du informierst mach das mal über den Weg wo wir es alle sehen können ich würde mich da sehr 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 doll drüber freuen etwas über diese Korrelation WTI und NOK zu lernen an dieser Stelle ganz lieben Dank für die vielen Posts hier an dieser Stelle und ich sage mal tschüss bis morgen haben sie gute Trades morgen früh um spätestens 8 Uhr 8 Uhr gibt es wieder den Live Blog hier auf Tickmill und dann um 8.30 Uhr sehen wir uns zur Besprechung der entsprechenden ich danke für die Zuschauer die hier live dabei gewesen sind auch allen die das ganze im Nachgang schauen wir haben ja viele viele Trader die das ganze auch in der Aufzeichnung schauen da freue ich mich auch immer sehr sehr drüber und sage an dieser Stelle tschüss bis morgen und allen gute Trades bye bye